moin leute willkommen zur neuen folge hiervon machen wir schon mal hier bereit solo und los geht's schön die musik im hintergrund ich mag es schon mal gucken ob heute mal das internet geht jetzt endlich mal weil gestern war es echt schlimm mal gucken wie es denn jetzt aussieht mit einem und dann später noch die tagesaufgaben easy es ist gar kein problem mein gott es ist so warm ich kann mich kaum konzentrieren und es ist echt einfach nur anstrengend heute mit der schule gewesen aber gute noten mit nach hause gebracht direkt ins wasser mal gucken ob ich es noch schaff ja wird knapp aber jetzt wieder so ein code da oben mein gott ich hasse es aber kein problem kommt nix mehr scheinbar was das wir gehen einfach mal direkt nach holy einfach mal eine entspannende runde heute mal nicht so wie gestern übertreiben mit drei vier runden hinterher weil das natürlich ich habe es gemerkt im schnitt es hat so zeit gezogen etc und es war auch ein bisschen für das internet nicht eine belastung das ganze zeug dann doch hoch zu klatschen und weil halt hoch zu laden hoch klatschen ist ein blödes wort also egal wie ich jetzt sterbe sache aber vielleicht wird der internet ein bisschen besser so das ist sehr gut ja komm die aufgabe okay doch wir haben sogar die aufgabe das er kann es ja heute wohl nicht laufen so wird es natürlich auch ist dann habe ich es auch so gemacht egal wie viel schaden macht auf 93 ok das ist so das ist so das ist so da ist einer hey direkt trinken moin schon ok wo ist da ist noch irgendwo eine ich siegen durch die ganze zeit hier was war noch deine meinung die hat mich gerade nicht so interessiert trotz internet ein paar leute gekillt das muss man auch mal hinbekommen ist die besser ne oder 93 92 ne ist nicht besser das war aber hier ein bisschen schlürfen das brauche ich eh nicht da ist wieder ein gegner alles snacken alles wo ist denn sagt Oh Gott. Jo. Nice. Ähm. Hallo? Oh. Äh, ja, das geht noch alles. Ist echt heute mal keine so schlechte Runde schon? Hallo? Ah. Man sieht halt schon ein paar... ...probleme. Okay. Das ist das... ...teil. Der ist doch da drin, oder? Sag mir nicht, der überrascht mich jetzt. Wenn der mich überrascht... ...hä? ...hä? Hier ist einer. Hä? Come on, alter. So geht das. Ne. Kann... Oh, ei, 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 ei. Kann ich dich? Zu was kann ich dich? Ja, zu einer blauen. Das heißt, du machst auf einmal 103 Schaden. Und du... ...bist du erstmal ruhig. Das ist genau das, was ich meine. Irgendwie. Irgendwie, keine Ahnung. Es ist so... ...man kann die sagen... ...wie die Folge wird, weil sie ändert sich jedes Mal. Es ist immer was anderes. So, ein bisschen heilen. Ja, damit auch noch ein paar Punkte hier holen. Ähm. Ach da. Hm. Dann natürlich auch noch ein bisschen. Genau deswegen. Und let's go. Es ist schon wieder eine ganz gute Runde, muss man sagen. Ja. Sorry. Sorry. Come on, wenn du die in die Fresse bekommst, bist du weg. Oh Gott. Gut. Da ist noch einer. Oder? Nee. Nein. Das ist ein... Nein. Ach come on, Alter. Ach egal. Komm. Es war nicht schlecht. Hey Leute. Guckt mir nur schnell, was wir uns jetzt holen können. Mal gucken. Ladescreen, ey. Ladescreen, ey. Die Folge. Der Ladescreen Simulator. Et cetera, et cetera. Et cetera. Fünf Sterne. Das ist doch schön. Aber was haben wir hier? Karriere. Sehr. Okay. Wir haben sechs Teile. Ähm. Komm. Was? Da haben wir schon mal ein paar von den teuren Sachen. Das ist doch geil. Das ist schon cool. Na ja, Leute. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Liked auf und ihr kommt jetzt. Wir sehen uns dann damit morgen. Machen. Also. Tschüss. Vielen Dank.